Ich bin jetzt hier gestorben. Den ganzen Weg nochmal. Oh man. Es wird frustrierend. Keine Checkpoints hier unterwegs. Oh nein. Bis auf der nächsten Plattform. Müssen wir gar nicht mehr V drücken. Wir wüpfeln durch die Leserstrahlen. So. Na toll. Und da hinten dann stirbt. Das ist frustrierend. Oh man. Umso cooler ist es, wenn man es geschafft hat. Wenn ich das Spiel mal durch habe, dann könnte ich sagen, ich habe V-V-V-V-V durchgespielt. Das ist der Hammer. Sofern ich das mal schaffe. Und ich vorher noch eine Epilepsie entwickle. Das ist ... mit diesem linkenden Lichtern. Kann man das entwickeln? Ich kenne mich nicht aus mit dieser Krankheit. Ich merke mich nicht, dass irgendjemanden vorm Kopf stoße. Das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint. Kann man das entwickeln? Weiß nicht. Sorry. Kann man bestimmt. Ich will ja keine Scherzdrücken machen. Das ist bestimmt gerade im Internet schwierig. Ich stehe mir schwierig vor. Ich muss mal vorsichtig sein im Internet. Gerade auf YouTube. YouTube-Videos sich angucken. Es gibt öfters Blinkenlichter im Internet. Mittlerweile nicht mehr so häufig. In den 70er Jahren. Also, oh ja. In den 70er Jahren. Diese Krankheit gehabt zu haben. Ja, dann bleiben wir am liebsten vom Internet fern. Wir zutaten, jeder ist einigermaßen. Das ist doch alles. Einigermaßen ruhig. In den 70er Jahren war ja alles. Jede Website. Mit Blinkenden Lichtern und so weiter. Achtung, hier sind wir. Schöne Neonlichter und so weiter. Alles. Alles Blinkend. Alles Leuchtend. Bunt und Leuchtend. Was sind die 70er? Vielleicht erzähle ich auch Blödsinn. Ich habe es mir irgendwo aufgeschnappt. Gab es in den 70ern schon das Internet? Wer weiß. Vielleicht erzähle ich auch hier kompletten Blödsinn. Träger nicht in den Komptaren. Bestimmt. Ich bin einfach, ich bin einfach, wenn der Tag lang ist. Wer so Typ findet, der Tag lang ist, erzählt auch viel Blödsinn. Oh verdammt. Jetzt hängen wir hier wieder fest. Er ist ewig nicht fest. Oh nein. Ich hoffe, ich stört es hier nicht. Ich habe da sowieso schon nichts abgeschaltet. Nein, jetzt habe ich da oben noch eine Anlegung. Oh, kacke. Wenn ich die Passage hinter mich gemacht habe, dann mache ich die aber. Dann habe ich die rote Kreuz ins Kalender. Es wird bestimmt noch schlimmerer gehen, aber ja. Es ist ja das Frustizierende an diesem Spiel, man darf halt keinen Schaden nehmen. Absolut keinen Schaden. Quasi die No-Hits-Challenge. In Super Mario. Das würde man in Super Mario die No-Hits-Challenge machen. Bloß hat Frust gegründet. Na, ich weiß nicht. Kein Schaden nehmen-Challenge in Super Mario. Das kann schon auch sehr frustrierend sein. Da müssten wir den YouTuber-Wig mal dazu befragen. Ja. Oh, kacke. Ich war doch schon drüber, ich bin doch schon weggekommen. Rechtzeitig abspringen ist das Ding. Ach, komm. Ach, nein. Da fässt du oben auf. Erst auf die drücken, ob ich ganz oben bin. Ja. Noch ein bisschen weiter höher. Irgendwann krieg ich es auch hin. Oh, Mann. Na, komm. Da kann auch theoretisch einen Masch durch. Wenn man genau richtig springt. Ja, genau so. Und dann da drüben. Sehr gut, ich habe es ja rausgefunden. Oh, nein. Ich bin jetzt viel weiter. Mit einem Checkpoint. Ich werde einen Checkpoint haben. Checkpoint. Nice. Dankeschön. Ein Teleporter. Sehr schön. Jetzt können wir uns wieder weiter teleportieren, aber... Ja. Wir machen direkt weiter, würde ich sagen, oder? Wenn der Part vorbei ist, dann... Wenn ich einfach... Wenn ich einfach... Wenn ich einfach hab... Wenn ich einfach hab... Es gibt keine Verabschiedungen mehr und Begrüßungen... Ich spiele einfach hier erstmal das Level zu Ende. Dann schauen wir weiter, wie ich das aufteile. Jetzt sind wir auch schon im nächsten Part, aber... Ja, mal schauen. Wenn das Netzwerken auf den Kontrollzentren vorhanden ist, dann ist es noch nicht möglich für die Atmospärischen Filter. Aha! Ein Hinweis. Zu diesem Raum müssen wir hin. Wir sind doch schon einigermaßen weit voran gekommen. Oh, der Kassner-Koyne! Ich fülle mal sammeln. Das Labyrinth ist ja auch... Ist das besonders. Da kommt die Musik zurück, einen kurzen Moment hoch genießen, dann gehts direkt weiter. Und hier wieder zurück. So, wo gehts hier weiter? Verrückt, wo muss es hier weitergehen? Game saved. Enter to teleport. Hier ist eine Sackgasse. Da unten müssen wir raus. Aha. Nach unten. Hier nach unten. Aha. Check die Punkte. Interessant. Verdammt. Kometen hier noch unterwegs. Also. Verdammt. Wir müssen dazwischen zäh stehen, dann dazwischen den... ... Metroiten. Ach so. Hm. Jetzt. 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 Verdammt. Jetzt. 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 Aber er tut das auch in den Augen weh. Oha! Also, nein! Bei den ersten beiden komme ich schon gut vorbei, aber bei den dritten... Nice! Checkpoints! Checkpoints holen ihn hier! Meine Fresse! Checkpoints! Ach du Kacke! Soll ich da dran vorbeikommen? So! Checkpoints! Nein! Checkpoints verfehlt! Ihr wisst aber, es ist ein Rhythmus-Spiel! Ich hab noch Zeitstück! So, die Checkpoints haben war! Sehr gut! Und... ... 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